10k Verlosung bei Pum-Pum-Punkt-Abo's oder so. Verlosung und mehr nicht. Nur 10k Verlosung mach ich immer. Junge, du brauchst, du schaffst heute das eh nicht mehr. Du guckst doch in Kante. Kommst du bei mir rein im Flankraton. Trotzdem bin ich ein Blödschen-Level weniger Digga. Aber trotzdem bin ich ein Blödschen-Level weniger. Digga. Weiß ich nicht, jetzt bin ich 46. Du brauchst mir nicht sagen, dass ich die ganze Zeit schon 46 bin. Ich mach gar keine Begrüßung Digga, weil keine sauren Anfang zuschaut. Nein! Jetzt muss ich eh wieder raus. Jetzt muss ich eh wieder raus, weil ich glaub ich gewahrt war. Wenn nicht, wie mein Sturm fügt. Nein! Nein! Leider! Wenn du bereit zur Verteidigung bist, wähle am Sturmschild-Konsolen-Menü Schilderweiter. Ich hab schon ein bisschen gefallen, dass ich davon hab. Digga, wir hätten hier dann nochmal 10 Stacks losmachen können, Digga. Okay. Ich hab mehr als 10 Kaffee auf alle Fälle. Ich guck jetzt. Was? Ich hab 12, ich hab 13 K Decken. Okay, ey, ich verlass' den Sturmhild mal wieder. Schau, ob ich da was hinbefallen lassen hab. Ich hab geschrieben, jeder Abonnent bekommt einen Kaffee. Ich hab geschrieben, jeder Abonnent bekommt einen Kaffee. zwei K. Das ist dumm. Hast du nur 4K, oder was? Wenn du nur 4K hast, dann lach dich so aus. Bei dir! Bei dir! Ja, ich bin der! Komm jetzt rein, du Bütze, ne? Guck dich! Nein, komm doch du, Digga! Nichts nicht mehr! Und ich hab 86 Stacks fallen! Das sind 86 Stacks! Süß! Ich hab nur 86 Fallen! Ich hab nur Fallen in mein Inn! Einer ist 20! Außer du, denk ich! Nein! Und in mein Lager hab ich gar keine! Ja! 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 guck dir jetzt einer zu das bist du petro drop deine fallen und schau wie viel du hast hier gebe ich auf keine fälle welche digga wir das mehr haben können und du hast nur zehn stecks du hast nicht mal zehn stecks gedürbt schlitz dem sturm auf die übung wir sollten weiter expandieren wenn du bereit zur verteidigung bist wähle am sturm schild konsolenmenü schild erweitern ich habe alle wieder auf sie 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 A. A. Wie viel hast du? A. Dann tu das Update abbrechen! A. Jetzt mal gucken zu. A. Ja, du hast ein Update auch auf dem PC-A-Stubsat. A. Also ich hab... A. A. Dutzend Baxter. A. Ich hab mein Epic-Butch rein, Leute. A. Digger, was hast du für ein Drecks-Internet? A. Und wer wär's, äh... A. A. Hey, warum spendet man hier nicht den Spender-Box? A. Bin ich dumm? ich bin schon dumm alle, die reinkommen, dürfen hier sprechen ein bisschen warm hier, nimm deine Dreck Sonne hin nimm die ey Digger nimm die keine Sau so was nicht du bist so schlecht den editiermann du bist so scheiße nötig warum warum hab ich gesagt ich hab genug du hast selber welche hab ich bemerkt ich hab mich da abziehen will der kleine bastel ich brauch doch jetzt keine Verlosung die der die die hier rein kommen was geht hier ab ich kenne mich irgendwo aus aber das war wo wir das game war gescanpt ich hab ich weiß nicht weil du auch die ganze zeit gesagt Hast du Schraben? Oh, das hast du geklappert. Ja, da lacht er, Digger. Hör doch auf, Digger. Du machst, weil das immer wieder ist, ne? Ja, hier drin. Ja? Ja? Ja, das ist wieder mal. Okay. Ich liebe es, zu bauen. Das ist richtig. Das sieht doch aus. Doch, sieht das aus. Kiek. Egh. Kiek. Ehe. Einig wird mir so zuheben, glaube ich. Wie schist kann man's so ramschicken. Nein. Hm. Sehr, sehr dumm. Warum? Komm her zu Petra, Digga. Ähm. Äh, die wird erstmal, äh, ganz weggemacht. Na und kein Bock. Doch. Ja, aber. Nein. Aber so nicht, Depp. Ist doch so. Oh, I got it. Ja. 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 Das sag ich mal nicht. Was? Es gibt ein Glück. Was? So, ein Ding. So ein Dreck. 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 Tut mir leid. Kann ich nicht. Diesmal nicht. Nein. Kann ich nicht. Nein. Diesmal nicht. Tut mir leid. Nein. Kann ich nicht. Nein. Diesmal nicht. Tut mir leid. Nein. Kann ich nicht. Nein. Diesmal nicht. Tut mir leid. Tut mir leid. Nein. Ah, die kann man da nicht. Kann ich nicht. Diesmal nicht. Nein. Kann ich nicht. Nein. 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 Kann ich nicht. Diesmal nicht. Tut mir leid. Nein. Kann ich nicht. Diesmal nicht. Ja. Ist jemand jetzt hier in der Abo-Präten? Nein, ich habe jetzt gemacht Abo-Präten plus 1 K. Fallen. Fallen. Du, ich habe falsch geschrieben. Titel kurz verbessern. Bläh. ich habe auch schon verlassen ich habe gedacht du gehst jetzt warum kann ich nicht musste save nicht warum ja warum muss ich schon längst auf das macht jetzt mit dem typ mit den schallmauern und was machst du mit dem typ mit den schallmauern ja du bist so dumm warum machst du das zu tröten und wesentlich viel wertiger wie ein kaschermann der sich so hart aufgezogen hat was ist hi jemand hat irgendwie schrieben hi äh mein epic steht drin kannst du reinkommen ein bisschen trainen und ja dann gibt's ein kaputt deswegen teilt dieses video auf alle fälle ist so nötig es gibt es nur heute in der richtigen in deinem tag also war ein bisschen jupen ne mehr fahren ja gerne so ist er ja der muss level kommen rein und willst bisschen trainen danach am ende gibt es noch bescheid perfekt geht es um metall keine ahnung kommen einfach ein drei zuschauer petro du bist das wusstet wenn du spenden willst hier auf nacken kommt der rein wie ist sein anzeigen name was die 3 die wäse ok ich kann nicht probieren einzuladen und ich finde da denk nicht weil wenn das safe nicht bettelzocken wer wohl habe ich dich gemeint das ist ja doch komm rein Ja ruhig, der ist drin, hau rein, bis gleich. Hi. Hallo. Hast du Bock zu traden? Ja. Wird unbedingt gern fallen traden für Twin Peaks. Brauchst du fallen? Ja. Die gibt's ja auch am Ende, ne? Es gibt ja am Ende, wenn du ein Abo da lässt, 1K fallen. Das steht doch, 1K fallen an jedem Abo. Ich hab dich schon abonniert, du hast ihn länger. Echt jetzt? Ja, ich hab dich auf jeden Fall nicht heute abonniert und gestern. Was willst du gegen den Stack fallen? Was willst du gegen den Stack fallen? Ja. Ich hab keine Fallmann. Ey, Schalmauern. Wenn du was spenden willst, Mülltorn nicht hier. Mölltorn. 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 Lassen mich überlegen. Malachy oder so oder robuste Mechanik Keile. Wichtigöre, solDE Malachy, Wecke. Für. Ja, gebraucht. two-reee 1,007. Erfolie im Lüchel um ein paar Sonnen die viele ein paar Karten und Koppelzeiten und ein halber er war er hat sich auf dem Modus machen er hat ja man sagt auch die Moduswaffen geben auf ein Fall er hat er abgängig nicht ich weiß nicht was sie gebrochen im Prinzip nicht ein Stück nicht ein Stück nicht ein Stück das war das was die andere Falle die die 20 in der Verwaltung nicht absolut nicht das ist es nicht ich habe auch mit keinen Fall aber und auch für die Führung Aktienergebieter ja und da ist es auch hier ich kann dir einsteck aktive geben hast du noch ein ding ich würde noch von dir diese war dann mal nahkampfswaffe haben also ich werde aber so und der dreistige schwerter habe ich das gemeldet ist der blut uns mal so gut und das ist groß in den Abstand auf der Tat oder was hallo hallo da bist du keine Ahnung wo bist du das dein Freund in den letzten Jahren mitgebracht nein 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 kannst du besuchern Bau- und Ernteerlaubnis erteilen so da auf alle Fälle hat es keine Abonnenten okay was willst du jetzt für die aktiven oder allgemein hast du schwerer Prozent ich kann dir nur noch mal so das Grunde genommen und die 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 in diesem Grunde zählt ein Verkost ist für zwei macht man noch mal attraktiv klar gestern betriebs 200 Was kannst du mir dagegen geben? 1K vor allem. Und 1K bekommst du dann auch noch geschenkt. Warte. Äh, tschö, ich hab einfach gesammelt. Jetzt, komm her. Ja. Okay, und hast du, äh, jetzt muss ich gleich noch ein KG, ne? Hast du jetzt eigentlich, äh, den abonniert? Ja. Kloch, ich muss noch gucken. Achtung, ja. Achtung, ja. Warte, ja. Warte, ja. Warte, ja. Warte, ja. Und dann weh. Brotkonf. Und die nämlich auch noch. So. Und, ja, okay, hau rein. Juck, juck. Wer mir noch in den Chat ist, soll reinschreiben. Petro, wenn du drin willst, schreib rein. Also die brauchst du erstmal nicht, aber egal. Dann kann man doch auch mal. Leute, ihr wisst schon, es geht nur noch bis hoch. Und ich schau kurz, wenn noch alles dabei ist. Wenn mein Petro dabei ist, hab ich echt keine Worte. Petro, schreib lieber rein. Ich bin noch mal ein paar Mal. Ich bin noch mal ein paar Mal. Ich bin noch mal ein paar Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Um 50 ist es... Ey, was hat er denn jetzt hierhin? Um 30 Panzerband. Oh, ich bin... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Es lecker. Es ist schon immer noch 130, aber es ist schon zu lange zu machen. Es ist schon immer noch 130, aber es ist schon zu lange zu machen. Es ist schon immer noch 130, aber es ist schon zu lange zu machen. Es ist schon immer noch 130, aber es ist schon zu lange zu machen. Es ist schon immer noch 130, aber es ist schon zu lange zu machen. Es ist schon immer noch 130, aber es ist schon zu lange zu machen. Es ist schon zu lange zu machen. Es ist schon 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 lange zu machen. hey man sieht so hat dieser deb, dass der deb da auto-aimt vielleicht schießt die ganze zeit auf diese brawlbox da so ein hund ich habe noch bekommen, komm, kriege ich noch? ja hab ihn so, der boss ist gerade fett am laufen wenn mich diese Dreckspenny jetzt holt, dann bin ich so schlecht oder peinlich, sag manchmal peinlich oh, der hat mich doch nicht gut aber ihre Bombe schleicht ja, ihre Bombe hat mich leider gold und das ist nicht schlimm, ich war wenigstens 8, 1, 2 ich bin jetzt ein Fluss gemacht nix, nix, nix warte mal ach, leg mich auf die Schiene raus nach hundert und fehlend, egal, schaff ich aber nicht hinter mir Karl die Toilettenschüssel die wusste, dass hier irgendjemand irgendjemand kennt, irgend so ein Depp nein, Leon Leon, bitte nein, ich mach jetzt nicht so ein, egal ich mach jetzt mal ich mach jetzt mal die Toilettenschüssel auf die Toilette, ne auf einmal zeig ich da so bohli auf einmal verreckig ich hätte fast, äh, Digga ich schwöre ich hätte fast die Toilette zugeschlagen ja, genau, ihr seid zur Ehrenmänner ich schwöre, Mann Dig, das ist der ekligste Bowler sein Vater ne, ich hab keinen Bock mehr, Digga wo ist denn schon besser oder hier, Mann ich hab keinen Bock mehr, Digga jetzt fett sich jeden vor, was war? ja, ich bin tot was ist da plötzlich jetzt gibt's nicht ich schwöre, ich war gar nicht meine Scepter Scheiße, Mann Ich hab jetzt keinen Bock mehr gleich. Ich war halt nicht mal 7. Platz. Oh, ich verricht mich schon dann noch 5. Auf einmal steht da, wenn ich rausgehe, 7. Ach du Scheiße. Ich bin so müde, ich glaub ich hier noch auf. Ich weiß schon, allein nix machen, wenn man auch zu spielen. und ich hab's in 5 Jahren gesehen. Ja, genau. Komm, ich habe ihn. jetzt hab ich ihn aber ein Depp ja komm geht gleich alle auf mich hab echt keinen Bock mehr ich hab morgen dafür da pushe ich mich schneller wie was geht was geht der alte Schoppe scheiße so ein Müll ja 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 ich bin ich bin ja 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 ich bin ja ja ich bin Äh, Max, Hose, Juh, kannst du entscheiden, ob du heute die Welt hast? Äh, ich bin hier gerade, ähm, ich hab also, ich hab ein Gewinnspiel, äh, also, was ist denn ein Gewinnspiel, also, du kannst 10k fallen, gewinnt 130er Fuller, die alles, ähm, also, ich muss hier 100 Abonnenten erreichen, dann suchst du mir raus, und, und, ja, so ist es halt, deswegen, und es gibt jeder Abonnent 1k fallen. Und deswegen kannst du bei mir in RDW kommen, aber habe keine Waffen, also, ja, ja, brauchst du nicht, du brauchst nur, ich kann dir einfach, ich kann dir 130er Fallen und zu bieten. Okay. Okay. Happy? Appi? Letzte Squad. Kannst du vielleicht was geben? Ja, ja, ich schenk dir. Aber nicht heute mehr. Also morgen oder... Also ich geh immer live. 1K Abos an... Also 1K Fallen an jeden Abo. Also ich geb euch 1000... Ich geb dir 1000 Fallen. 130er Fullerji. Für jeden Abo. Also wenn du ein Abo dalässt, dann geb ich dir... Also wenn du ein Abo dalässt, dann geb ich dir... Auch wenn du schon eine Zeige gelassen hast, dann geb ich dir... 1K Fallen. Neuer Shop. Oh mein Gott, diese Skins sind wieder da. Nein. Ey, Digga, größer. Voll ablachen. Nein. Äh, ich hab keine 12 A, aber kannst du ein Like und ein Abo dalassen, wenn's dir gefällt. Weil morgen gibt's ein RTW-Gewinnspiel. Also was für ein Gewinnspiel? RTW. Jeder Abonnent bekommt einen K... Also jeder Abonnent einen K-Fall. Nein, ne. Also würde ich... Würde ich das machen, oder werde ich hier meine Zuschauer? Dann würde ich das so machen, deswegen... Ich schreib dran, wenn ihr ein Abo dalassen habt, liked und so. Ich hab aber leider kein Zweifahrschau. Ja, okay, Leute, und das war's ja auch mal wieder mit dem Video. Kuss geht auf einen Nuss, lasst Abo und liked dann, ne. Viel Spaß, haut rein. Bitte lasst Abo und liked dann, ne. Ich liebe euch schon ja ab und da liked dann. Also nicht von Schwulheit, einfach nur. Kannst du mir mal deine Skins zeigen? Ja, okay, warte. Nur weil einer so Ehrenbrut auf die Folge noch spinnt. Ist nicht so krass, aber... Ja, okay, haut rein, Leute. Viel Spaß, tschüss.